Das ist ja wohl, das ist der perfekte Familienkommensieg. Scheiß auf E-Klasse oder M5, das ist langweilig. Das ist ein Auto hier. Das ist brutal, das sieht aggressiv aus. Das schreit direkt um Liebe. So, wen ich jetzt gerade, jetzt habe ich mich gerade verloren. Hier links müsste schon mal eins platziert sein, mitten in dem Büsch.